In diesem Video geht es darum, wie man Integrale mithilfe der sogenannten Substitution löst. Wir haben hier jetzt ein Integral, das wir auf den ersten Blick nicht direkt lösen können, weil uns hier unten dieses 5x-7 stört. Integrale vom Typ 1 durch u, beispielsweise du, könnten wir lösen und das wäre ja dann der ln von dem Betrag des Nenners, also ln von u. Deswegen versuchen wir, dieses Integral auf diese Form hier zurückzuführen, das hier dann zu lösen und dann wieder einen Bezug zu der ursprünglichen Integralform herzustellen, obwohl wir die Lösung dann schon haben. Und zwar macht man das tatsächlich genauso, dass man das ersetzt, was einen stört. Also ich setze u als diesen kompletten Nenner, weil der stört mich ja. Das sind 5x-7. Hier dieses dx sagt ja, dass ich nach der Variable x integriere. Wenn ich jetzt dann gleich das Integral bilde von 1 durch u, weil ich dieses 5x-7 ja ersetzt habe durch u, dann kann ich nicht nach dx integrieren, weil meine Variable ja u heißt. Deswegen muss ich diese Funktion u noch nach der Variable x ableiten. Das in der Sprache heißt das, ich leite du, also ich leite u nach der Variable x ab, also du nach dx bilde ich. Und das bedeutet nichts anderes, ich leite diese Funktion u nach x ab. Diese Funktion wird einfach abgeleitet. Das sind ja 5. Die Konstante hier hinten fällt weg und 5x abgeleitet sind 5. Also du nach dx ist 5. Das stelle ich jetzt noch nach dx um, weil ich dx gleich ersetzen möchte. Bringe ich dx auf die andere Seite und teile durch 5. Dann habe ich da stehen dx ist gleich du durch 5. Und das ersetze ich jetzt hier. Also das u ersetze ich für das, was ich hier eben ersetzen wollte und das dx ersetze ich durch du durch 5. Das kann man wirklich wie so eine Rechenoperation betrachten. Und das kann ich jetzt auch nach vorne ziehen. Also dieses du durch 5 ist der Faktor 1 Fünftel. Das kann ich sogar vor das Integral ziehen, 1 Fünftel. Und im Integral steht dann nur noch 1 durch u du. Und das haben wir schon gesehen, können wir lösen. Also ist mein Integral 1 Fünftel mal der ln vom Betrag von u. Jetzt war unser Ursprungsintegral allerdings in der Variable nix und wir müssen das Ganze jetzt nochmal zurück substituieren. Also ersetzen wir das u durch das, was es mal war, durch 5x minus 7. Und dann sind wir schon am Ende. Das ist jetzt der Wert meines Integrals, beziehungsweise das ist das Ergebnis des Integrals. Wenn man jetzt noch Grenzen hätte, um den Wert des Integrals auszurechnen, müsste man das ganz normal machen, wie man es gewohnt ist. Hier jetzt die Grenzen einsetzen und voneinander abziehen. Aber wenn man nur das Integral berechnen möchte als Funktion, dann ist es das hier. Also die Substitution ersetzt immer das, was einen stört. Dann leitet man diese Funktion nach x ab, stellt das nach dx um und ersetzt auch das dx. Dann hofft man, dass sich alles so ein bisschen weghebt oder wegkürzt oder dass man es umstellen kann und dass man es auflösen kann in den gewohnten Arten von Funktionen, die man kennt.